Hallo, ich bin Maria und ich setze mich als politische Referentin im Team des Hanfverbands für euch für die Legalisierung ein. Viele wichtige Eckpunkte wie der Eigenanbau, eine vernünftige Führerscheinrechtliche Regelung und natürlich auch eine möglichst schnelle Entkriminalisierung des Besitzes sind noch längst nicht in trockenen Tüchern. Wir vom Team des Deutschen Hanfverbands wollen auch im nächsten Jahr weiter für euch kämpfen. Mit euren Beiträgen und Spenden unterstützt ihr unsere professionelle Arbeit. Damit wollen wir im nächsten Jahr unter anderem eine fachübergreifende Konferenz veranstalten, bei der ein ausgearbeitetes Konzept für die Umsetzung der Legalisierung herauskommen wird. Die beste Nachricht ist, jetzt zu unserer Weihnachtsspendenaktion habt ihr die Chance, mit eurer Spende nicht nur unsere Legalisierungsarbeit zu unterstützen, sondern auch eines von vielen tollen Geschenken mit abzugreifen. Die Teilnahme an der Verlosung ist ganz leicht. Wer im Zeitraum vom 01.12. bis 15.01. eine Neumitgliedschaft bei uns abschließt oder aber einen Beitrag ab 10 Euro spendet, landet automatisch mit dem Lostopf. Bitte gebt im Verwendungszweck unbedingt eure E-Mail-Adresse mit an. Also spendet jetzt für die Legalisierung und bekommt mit ein wenig Glück einen von diesen tollen Preisen, die ich euch jetzt gleich nochmal vorstellen werde. Wir bedanken uns als allererstes bei drei tollen Spendern, die uns diese Geschenke hier gesponsert haben und das alles überhaupt erst ermöglicht haben. Da hätten wir als erstes unseren Diamantsponsor, dem Online-Headshop Beihai, dann verdampft nochmal seit 2008 in Berlin als Fachgeschäft für Vaporizer und auch als Online-Shop für euch alle da und natürlich auch noch The Rolling Box, dem Hersteller für elegante Drehkisten. Von Beihai gibt es eine von drei hochwertigen Stay-High-Bongs zu gewinnen im Wert von bis zu 189 Euro, produziert von der Traditionsfirma ELE. Von verdampft nochmal gibt es in diesem Jahr gleich einen von sechs tollen Vaporizer-Modellen zu gewinnen und hochwertige Extras wie diesen tollen Induktionsheizer. Darunter befinden sich großartige Produkte von Storz und Bickel, wie zum Beispiel der Mighty, der einzigartige Volcano Hybrid und schließlich auch der Webman Classic aus hochwertigem italienischen Olivenholz. Von The Rolling Box gibt es eine von zehn hochwertigen Drehkisten zu gewinnen. Hochglänzend lackiert aus wunderschönem Mahagoni-Holz bietet sie sehr viel Stauraum, praktisch elegant und sogar beleuchtet. Und last but not least packen wir vom Hanfverband nochmal einen von zehn Gutscheinen obendrauf im Wert von satten 100 Euro für unseren DHV-Onlineshop. Alle Details zu den Teilnahmebedingungen und natürlich auch die Links zu den Shops und den Produkten findet ihr auf unserer Website zur Weihnachtsspendenaktion. Also, wenn ihr auch so für Hanf brennt wie wir, dann lasst das Spendenbarometer glühen. Denn wir wollen jetzt die Legalisierung. Aber richtig!